Ich wurde heute schon abgeschleppt, mein Auto nicht. Also ich nicht, leider. Das wäre die perfekte Carsharing-Werbung. Man sagt so, hey, mal wieder abgeschleppt worden. Also nicht das eine abschleppen, sondern das andere. Weil wirklich, das war das Gute. Ich komm so da hin und denk so, hey, mein Auto stand doch hier und dann stand es da nicht mehr. Und genau daneben standen Miles. Keine Werbung, aber es stand ein Miles und ich dachte so, ah, immerhin. Wir haben doch nicht gleich im Unblick. Der Abschleppdienst ist am Flughafen, das heißt, mein Auto steht hier. Und dann meinte Mama schon so, lass ihn doch direkt stehen, kannst du doch erst mal wieder abholen. Aber es passt so, ne? Also egal, wie wenig Zeit ich habe, oder versuche immer noch, wenn ich Lounge-Access habe, in die Lounge zu gehen, damit ich meinen Tee auffülle. Ich laufe. For the road. Oh Gott, ich bin so German. Cut! Liebe, 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 die Broten und die Karamellen. Und ich glaube, andere Menschen auch. Den Rest lass ich auch drin. Ich glaube, dass es in der Vegetarischen ist angekündigt wird. Und ich glaube, das ist in der Halm. Wir sind gelangt. Es war so ein kurzer Fluss. Heute Abend ist ein Dinner und das Dinner ist auf so einer Burg, glaube ich. Also, wir sind jetzt im Auto, wir haben unser Gepäck, alles ist gut, aber wir fahren jetzt anderthalb bis zwei Stunden Autofahrt und unser Pickup zum Dinner ist um 17.30 Uhr und es ist 16.30 Uhr. Könnte schwer werden. Und warum rede ich Englisch? Also, ich werde diese goldene Hose tragen und das hier, ich halte sie mit meinem eigenen Kissen. Ich weiß, es ist ja bei Ende, aber wenn das jemand sieht, denke ich mir so, okay. Mama, Star, soweit bin ich gekommen in meinem Leben. Snacks, snacks. Wir müssen ekelig auf die Spray-Til. Und ich darf jetzt gar nichts machen. Learning. Kein Spray-Til machen. Aber sie hatte noch mal Zeit. Und wir sind ready. Wie schnell war das? Ah, ist auch alles kreuz und quer hier. Also, eigentlich sind wir voll schnell gewesen, aber ja, alle sind schon von einer Stunde gefahren. Und das ist mein Outfit. So cool. Mal look it. Oh. Was ist das denn? Hey. Wir gehen jetzt zum Dinner. Wir sind schon in vier Minuten. Und mit Louis Vuitton. Morgen ist die Louis Vuitton Cruise Show. Das ist, warum wir hier sind. Im Lago Maggio, oder? Und echt spannend. Ich freue mich, alle wieder zu sehen. Wie so eine Klassenfahrt. Es ist so cool. Also, ich sehe gleich Tamara. Filippo. Es ist auch immer wieder eine Überraschung. Wer ist heute da? Okay, jetzt seid mal ganz ehrlich. Sehen meine Haare hinten schlimm aus? Was schlimmer noch sind meine Hände, die jedes Mal nach dem Tanning beim ersten Tag aussehen, wie orangene Orangen. Do you know the muffin man? Oh man. Scheiße. Mein Spraytan ist richtig toll gerade, ne? Oh mein Gott. Ist das Spraytan? Ja, es ist Spraytan. Wow, ok, jetzt ist es ja. Ja. Finally, normal people. Normal people got hate. Normal people got hate. Ja, das ist der Ball. Wie war's denn? Wie war's denn, na? Das war der Schicksal. So, jetzt werden erst mal E-Mails gemacht. Der ganze Kontant. Es ist 12 Uhr, ich wette, wir werden um zwei schlafen. Aber jetzt sag ich euch schon mal gute Nacht, weil jetzt startet hier The Realberg. Aber es war ein schöner Abend, so richtig schön. Good morning. Cannot ... It's not opening. Ah, here we go. Wie schön ist das? Verdammt so. Ja. Auf den Weg zum Frühstück, ich hab mir jetzt doch erst mal was Schönes eingezogen und nicht Sportklamotten. Weil ich bin immer die Verrückte, die morgens zum Sport geht. Das ist mein Outfit. Und jetzt ist erstmal Lagebesprechung mit Tamara. Good morning, Tamara. Good morning, Caroline. How are you doing today? Ähm, when I see your face, always good. Good morning, everyone knows you're a trouble. Was machen wir? Erstmal Cappuccino. Back in one minute. Ich hab jetzt nur noch 10 Minuten fertig zu machen. Aber das Workout war gut. Check. Okay, let's go. Ready. Guck mal, Guck mal, Guck mal. Guck mal hier, ich hab wie ein Airport Tag, falls ich verloren geht. Steht nix drin, aber vielleicht könnte ich da meine Nummer nochmal reinmachen und dass ich Organspender bin. An dieser Stelle wichtiges Thema, falls ihr noch nicht Organspender oder Organspenderin seid, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt. Und by the way auch gerne bei DKMS für Blutspende anmelden. Das ist auch ganz wichtig, ihr könnt Leben retten damit. Gut, also jetzt einfach kurz die zwei Minuten nehmen, okay? Hallo. Wir hatten gerade eben Lunch und ein bisschen Content-Shoot und dies, das, Ananas. Bisschen Baby-Time, Dog-Time und jetzt sitzen wir nochmal hin, drei Stunden, bisschen Worken, alles zusammenschneiden, auch die E-Mails, die sonst reinkommen. Ich muss mal gucken, wer mir so geschrieben hat. Jetzt wird nämlich hier gearbeitet. Und dann geht's in einer halben Stunde schon los mit Hair and Make-up. Das ist, ja, genau. Und jetzt aber nochmal geschick gemacht. Wir machen hier richtig, äh, Multitasking, alles. Touch my body. Wir sind jetzt los, zur Louis Vuitton Couchon, auf die Isola Bella, auf dem Lago Maggiore. Scheiße. Das ist mein Bauch ganz blubberig. Und ich krieg mein Kopf eh schon nicht zu. Oh, oh, oh. Darf erstmal noch ein Snack. Vamos a la Playa. Weitere Infos vor. Später. Okay, pull down with your head. So, the show is about to start. What do you expect? Fashions. Fashions. Ryan always has excellent fashions. We love fashions. Wir sind jetzt auf dem Radio. I know, I know, we're focusing the same thing. I don't care. I don't care. I'm never winning. Zwischenparty. Die Show ist jetzt vorbei. Jetzt gibt es den Namen, ähm, afterparty. Und die Show war rutsch. Wir haben einen Toast mit Schinken und Käse. Das ist gratis, aber Toast. Oh, mangiare, mangiare. Enjoy. Ich hoffe, ihr habt den kleinen Einblick. Oh, es riecht so gut. Ich hoffe, ihr habt den Kanal.